Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Ihr kennt uns ja aus eurem Podcast-Catcher, ihr kennt uns von Spotify, ihr kennt uns vielleicht auch schon von diversen Social-Media-Plattformen. Aber vielleicht habt ihr Freunde und Bekannte, die uns noch nicht kennen. Also Aufgabe der Woche, da zählt einfach irgendjemand von diesem Podcast, damit uns mehr Menschen kennenlernen. Es ist Zeit, mit Zuversicht ins Jahr 2023 zu starten. Und neben Zuversicht sind wir davon überzeugt, dass es auch mit einer guten Ernährung richtig losgehen kann, mit einem guten Workout richtig losgehen kann. Und wenn man das Ganze noch unterstützen kann durch Routinen, die man einfach aufbaut, dann kann das ja auch so richtig pfeifen. Und genau da kommt AG1 von Athletic Greens ins Spiel. Das Ganze besteht aus echten Lebensmitteln, 75 Vitamine, Mineralstoffe und ganz viel anderes Zeug, das gut ist drinnen. Und das schaut, dass euch ein Energiestoffwechsel genau so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und wie das Ganze funktioniert, ihr nehmt einen Messlöffel in der Früh, haut den Messlöffel, also nicht den Messlöffel, sondern den Inhalt, in ein Gläschen Wasser, schüttelt es durch und rein damit dann ein Kaffee und eurer Morgenroutine ist so richtig top. Tja, in Kaffee brauchst du nicht trinken, aber ich empfehle es. Also bei mir ist AG1 wirklich ein wesentlicher Bestandteil meiner täglichen Routine geworden und muss sagen, es pfeift. Ihr könnt jetzt da AG1 von Athletic Greens risikofrei und flexibel testen. Das heißt, ihr schaut auf athleticgreens.com slash laufend entdecken, bestellt euch das und habt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr nicht zufrieden seid. Wenn ihr sagt, das will ich machen, dann haben wir für unsere Community ein exklusives Angebot. Und zwar athleticgreens.com slash laufend entdeckend erhältst du bei einem Abschluss von einer monatlichen Mitgliedschaft ein kostenloses Jahrratsvorratsfläschchen, Vitamin D3 K2 und auch fünf von diesen Travel Packs, diese vorabgepackten Tagesrationen, die nämlich wirklich praktisch sind, wenn man unterwegs ist, dann braucht man nicht selber irgendwie herumtüfteln, wie viel man wo reintut, sondern man nimmt das Zeug mit, vor Ort aufreißen, reinschmeißen, reinpfeifen und los geht's. Also, jetzt da auf athleticgreens.com slash laufend entdeckend gehen, informieren, 90 Tage lang risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Du findest es allmöglich auch wieder in unseren Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr auch neue Routinen dieses Jahr etabliert. Also, bis dann. Mit uns, Manni, mich und den anderen. Servus, der Andere. Servus, 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 servus. Servus, der Einer. Danke. Und damit wir auch wieder gehaltvolle Unterhaltung bieten können, haben wir uns dieses Mal zwei Damen zu uns geholt, die beide von Sportthemen mehr Ahnung haben wie wir und wahrscheinlich auch vom Leben im Allgemeinen, was beides nicht wahnsinnig schwer ist. Ich wollte gerade sagen, es ist so einfach mehr zu wissen als wir. über egal, was auch immer. Selbst über uns wissen andere mehr als wir. Stimmt. Auch das durften wir schon erfahren. Auf alle Fälle, die eine kennt ihr wahrscheinlich schon, da verlinken wir auch gleich direkt die Folgen, damit ihr sie besser kennenlernen, das ist die Sandrina Illes, die, ich würde jetzt einfach einmal sagen, Abstand beste Du-Athlet in Österreichs, weil weltweit habe ich nicht im Überblick. Grüß dich. Hallo. Und auf der anderen Seite die Brigitte Stocker, die ein grundsätzlich, glaube ich, Tausendsasser ist, Tausendsasserin, ich weiß nicht, ob man Tausendsasser gendern kann, überhaupt, egal. Sie ist sportlich bekannt vom Radfahren, also Mountainbike und Straßenradfahren im Speziellen. Also weniger fürs Einradfahren, so weit ich das mitgekriegt habe. Ist auch Athletik- und Fitnesstrainerin und Buchautorin und ist auch staatlich geprüft und macht Workshops und viele Dinge, wie man sein Wissen auch weitergeben kann. und die werden wir heute peinlich genau zu euren Spezialgebieten auch noch befragen, aber vorher grüß dich. Hallo, servus. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Du weißt ja noch nicht, was dir blüht. Noch glaubst du, Sie werden jetzt das Gespräch, du kennst uns noch nicht so gut, von daher weißt du nicht, welche Schrecken auf dich warten, welches Unwissen auf dich einprallt. Ja, erschreckendes Unwissen. Wir haben ein bisschen ein Vorgespräch gehabt, so themenmäßig, aber vorab noch eine Frage. Haben wir bei einer von euch beiden irgendwas vergessen, so auch vom Hintergrund, was man unbedingt wissen muss vorher, bevor wir in das Gespräch einsteigen? Ich habe mich jetzt, mir ist eingefallen, dass bei der Brigitte du auch warst, Fragezeichen, Profi-Radfahrerin. Naja, sofern man in Österreich Profi sein kann oder so bezeichnet werden kann. Ich bin Elite-Straßenrennen gefahren im In- und Ausland, so über zehn Jahre und mache das aber jetzt seit einiger Zeit schon nicht mehr und bin mehr in den Ultra-Bereich gewechselt. Also ich fahre self-supported Bikepacking-Rennen. Ah, okay. Du machst jetzt das, so wie es der Christoph Strasser gemacht hat, dieses, wie heißt das jetzt? Transcontinental. Transcontinental, ja. Ich bin letztes Jahr Three Peaks gefahren. Ah, ja. Das kenne ich zumindest vom Namen auch her. Genau, was in Wien startet und dann nach Nizza geht. Ja, ja. Da haben sie doch im Sitz-Files-Podcast auch irgendwann davon berichtet, glaube ich. Genau. Und wie kommt es, dass du da gewechselt bist in den Ultra oder was reizt dich an diesem Self-Supported? Und Elite-Stadt, das ist noch ein Straßen, das ist das klassische Straßenradfahren, oder? Ja, genau. Also da bin ich auch relativ spät eingestiegen in das, habe das sehr gern betrieben. Und? Geht's? Geht's? Es ist nicht einfach, aber das ist, ja, das ist klar. Aber es geht. Was ist das Schwierigere? Ist es schwieriger, als Ultraläufer zum Ultra-Radfahrer zu werden und umgekehrt? Ich würde sagen, es ist definitiv schwieriger, als Ultra-Radfahrer zum Ultra-Läufer zu werden. Okay. Weil man einfach, also wenn man lang Rad fährt oder noch länger, als die meisten Menschen glauben, dass gesund ist, es kommt jetzt nicht unbedingt zu Verletzungen oder zu so eklatanten Überbelastungen, aber durch die Stoßbelastung beim Laufen ergibt sich das halt, dass man allein, also durch das Volumen quasi, das sich dadurch ergibt, dass es da einfach zu Verletzungen kommt. Und das ist sicher sehr viel schmerzhafter, was man während einem Ultra-Lauf mitmacht, als während jetzt einem Ultra-Radrennen. Das ist auch zumindest meine persönliche Erfahrung. Selbst so fährt eine Radfahrerin aus Faulheit. Sie will nicht Auto fahren. Nein, ich fahre einfach, ich habe selber kein Auto und es war zwar nett, dass mich Kolleginnen nicht mehr mitgenommen haben, aber ja, mir hat das dann nicht so taugt. Ja, und mit dem Rad ist sehr mühsam. Also mit den ganzen Transporten so. Genau. Und außerdem, also für mich steht das nicht dafür. Ja, und das Ultra-Laufen habe ich dann auch so vor ein paar Jahren angefangen. Und da hat mich speziell, also der Spagat quasi interessiert, zwischen auf der einen Seite Ultra-Radrennen fahren und dann vielleicht Ultraläufe zu probieren. Ob das trainingstechnisch, also inwieweit das miteinander vereinbar ist. Das fand ich spannend. Spannend, weil ich habe jetzt eher daran gedacht, dass es, dass die Schwierigkeit besteht darin, dass du beim, also durch das Ultra-Radfahren vielleicht auch andere, einfach andere Muskeln extrem trainiert hast. und dann diese Laufmuskeln einfach so nicht ausgeprägt sind. Das sowieso. Aber gerade, du bist einfach nicht vorbereitet auf die Stoßbelastung. Und muskulär natürlich auch nicht. Aber sagen wir mal, vom Stoffwechsel her funktioniert es sehr gut. Aber im Endeffekt machst du da, also wenn du das jetzt noch gemeinsam, also verbindest in eine, wie soll ich sagen, in eine sportliche Aktivität, dann bist du ja quasi dort angekommen, wo die Sandrina schon ist, nur halt lang. Das ist ja einfach dann ein sehr langer Durkern. Genau. Ja, wobei ich das nicht miteinander direkt koppel. Also, wenn ich mich jetzt auf ein Ultra-Radrennen vorbereite, also in der allgemeinen Vorbereitung kann ich zum Beispiel relativ viel mit dem Lauftraining machen. Weil es geht jetzt einfach darum, dass ich mal das Nervensystem dran gewöhne, an sehr hohe Menge von physischem Stress. Und wie dieser Stress erzeugt wird, ist jetzt in der allgemeinen Phase für mich nicht so wichtig. In der spezifischen dann muss das natürlich so viel wie möglich am Rad erfolgen. Aber solange das noch, solange der Wettkampf noch weiter weg ist, kann ich sehr viel zum Beispiel mit dem Lauftraining machen. Aber Frage an das. Oder umgekehrt. Gibt es Ultra-Duathlons eigentlich? Also, ich bin ja in der Ultra-Duathlons-Welt jetzt nicht sehr zu Hause. Ich kenne mich da nicht aus. Aber gibt es sowas? Ja, ich meine Ultra. Das, was die Brigitte der letzten Sommer gemacht hat, dass sie da erstmal von Wien nach Nizza und von Nizza dann freiwillig wieder zurückgefahren ist. Also, das gibt es im Duathlons-Bereich absolut nicht. Aber es gibt schon unterschiedliche Streckenlängen. Also, meine Spezialität ist ja eher die Springdistanz. Das ist eine Wettkampfdauer von einer Stunde. Standarddistanz in zwei Stunden, Mitteldistanz in so drei, dreieinhalb Stunden. Und Langdistanz wäre dann halt Zofingen. Und das ist, ja, von der Belastung vergleichbar mit einem Ironman, weil man halt insgesamt einen Marathon noch läuft, auch mit Höhenmetern. Aber es ist halt immer noch eine Eintagesbelastung. Also, das hat nichts mit diesen mehrtages-, teilweise mehrwöchigen Belastungen im Ultrabereich zu tun. Aber das Training wäre, wenn ich es jetzt richtig verstehe, das Training wäre grundsätzlich ähnlich wie ein Duathlons-Training, nur halt sehr viel länger und dementsprechend Niederintensitätstechnisch. Also, ich glaube, das ist genauso ähnlich, wie wenn man sagt, ein Mittelstreckenläufer trainiert ähnlich wie ein Marathonläufer, weil die haben ja auch beide über 100 Kilometer Laufumfang in der Woche. Also, ja, es ist eine Sportart, aber es ist natürlich von den Inhalten, von der Zielsetzung ganz anders, weil wenn ich jetzt bei einem Duathlons mich für eine Stunde oder zwei Stunden Wettkampfdauer vorbereite, dann habe ich davor eine Tepa-Phase, danach eine Entlastungsphase und habe halt einfach in dieser einen oder in diesen zwei Stunden maximale Leistungsabgabe. Aber das ist ganz eine andere Aufgabe, als dass es über mehrere Tage einfach wirklich eine nicht so hohe, aber auch nicht so niedrige Leistung zu bringen. Also, ich bin halt dann die ganzen Tage unterwegs und das, also, vom Anspruch, von, ja, also, es sind die Unterschiede schon sehr, sehr groß, auch wenn es im Endeffekt ums Laufen oder ums Radfahren geht. Naja, du, also, gerade im Ultrasport hast du ja dann noch eine zusätzliche oder zwei zusätzliche, wie nennt man das, Herausforderungen, das eine ist Schlafen, das andere ist Essen. Es ist halt einfach, also, so wie beim Duatlon oder beim Triathlon Wechselzone, hast du halt Essen und Schlafen als Zusatzherausforderung. Nur, du bist ja sehr in dem Thema Lauftechnik und Krafttraining, also speziell für etwas drinnen. Ist das, macht das einen Unterschied, also, wenn man jetzt so sagt, das sind die dieselben Bewegungsabläufe, müssten es dann ja immer noch sein. Ja. Also, unabhängig von der Distanz, weil es ist ja beides kein Sprint im Sinne von 100 Meter Lauf. Ja, ja, also, das ist ganz richtig, was du ansprichst, dieser Unterschied zwischen Sprint und allem, was länger ist, also, per Definition ist man ja bis 400 Meter Wettkampfdistanz im Sprintbereich und ab 800 Metern sind es dann Mittelstrecken beziehungsweise Langstreckenrennen. Und es ist von der Technik her, von der Lauftechnik zwischen einem 800 Meter Lauf und einem Marathon jetzt nicht so ein großer Unterschied vom Prinzip her, aber natürlich ist es so, wenn ich schneller laufe, habe ich eine andere Bewegungsamplitude als wenn ich langsamer laufe. Das heißt, selbst der beste Ultraläufer wird natürlich, wenn er über mehrere Tage unterwegs ist, sehr lange Streckenläufe, auf Bergaufbergabläufe, nicht dieses hohe Tempo laufen können, was wir jetzt bei der Mittelstrecke haben. Also jetzt unabhängig davon auch, wie die individuellen Hebelverhältnisse sind, groß, kleinen Läufer, ist Beinlänge, aber das Tempo ist einfach stark unterschiedlich und dadurch haben wir auch einen anderen, also nicht einen anderen Bewegungsablauf, aber eine andere Bewegungsamplitude, die dann ökonomisch für dieses jeweilige Tempo ist. Das macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, bei einem Ultralauf auf Knie- und Fersenhub zu fokussieren, weil das macht dich einfach nur müde. Das bringt gar nichts. Umgekehrt würde ich aber sagen, wenn jetzt ein Ultraläufer Hausnummer sechs Minuten am Kilometer über eine sehr, sehr lange Strecke halten kann, dann wird sich das von der Lauftechnik nicht so gravierend unterscheiden, ob in diesem Tempo jetzt einen zehn Kilometer Trainingslauf läuft oder einen Ultralauf als Bewerb absolviert, wobei natürlich dann auch wieder die Mütung dazu kommt oder wenn man Blasen bekommt und so weiter, das sind dann so ein bisschen Sonderfälle, aber prinzipiell von der Ökonomie her kann man sagen, eine Person bei einem und dem selben Tempo, da ist es dann egal, ob ich einen kürzeren Trainingslauf oder eine sehr lange Langstrecke laufe. Ja, ich habe das immer gehört beim Western States, das ist ja relativ bekannter 100-Meiler in Amerika, da ging es nur am Vorfußlauf oder mit der Ferse aufkommen und da haben sie auch gemeint, dass es am Anfang laufen die Leute alle noch relativ schön oder versuchen dann halt auch schön mittel Vorfuß zu laufen, aber je länger das Ding dauert, desto müder werden die Beine dann und am Schluss sind dann alle mit der Hacke aufgekommen und schlurfen nur noch irgendwie so durch die Wälder. Also das ist glaube ich gerade beim Ultralauf irgendwann lass die Form und die Technik einfach glaube ich zwangsläufig nach, weil du es über 160 Kilometer nicht aufrechterhalten kannst. Denke ich mal. Ist das im Radfahren auch so? Weil wenn ich jetzt hergehe und sage ich habe eine Zeit von einer halben Stunde dann achte ich extrem auf meine Aerodynamik und dass ich den richtigen Druck aufs Pedal kriege und keine Ahnung vielleicht wenn ich jetzt an 24 Stunden irgendwas event vielleicht auch noch aber wenn du selbst 14 Tage unterwegs bist oder sieben Tag ist es ähnlich dass die Technik auch irgendwann stark leidet also es kommt darauf an bei 24 Stunden Rennen ist natürlich irgendwann auch der Punkt reich wo die Stützmuskulatur extrem nachlässt und dann irgendwann hängt man dann auf dem Radl ein bisschen drauf wie ein Sack Kartoffeln das ist hoffentlich so spät wie möglich mit Stützmuskulatur kannst du jetzt ein Rumpf oder ja genau durch die Erschütterungen das ermüdet einfach alles extrem und dann irgendwann wird man nicht mehr so schön auf dem Radl sitzen wie am Anfang was den Tritt betrifft also schwer zu sagen das ist so automatisiert man wird eh relativ locker los fahren also sagen wir mal was da hinzukommt sind Schmerzen Schmerzen Sitzprobleme Fußschmerzen alles das was unweigerlich auf der Ultradistanz passiert wird einen mehr ausbremsen und wird dadurch die Bewegungsabläufe werden dadurch natürlich unrund also das ist das größte Problem eigentlich okay das heißt aber es ist nicht so eklatant wie beim Laufen ja beim Radfahren ich stelle mir das leidenhaft so vor da kann ich mich zumindest an einem starren Gerüst festhalten genau und ich kann es auch mal rollen lassen ich kann auch mit 100 Watt komme ich immer noch wenn ich einigermaßen günstig sitze immer noch 25 kmh in der Schuh fahren wenn ich in einer aerodynamischen Ruheposition bin beim Laufen muss ich halt jeden Schritt selber machen da kriegst nichts geschenkt naja per Cobb kann man es auch laufen lassen ja aber es ist nicht wie beim Radl fahren da muss ich immer noch die Stoßbelastung abfangen ja aber ist da nicht mental von der Konzentration her teilweise bergab fahren am Radl schwieriger also ich denke mal wenn ich denke wie die großklocken Straße runter bretter mit 60 bis 70 kmh ist es vielleicht das körperlich keine riesen Anstrengung aber von der Konzentration wenn ich mir teilweise im Beta zuschaue wie der bergab läuft da ist nicht viel mit Konzentration der schaltet sein Gehirn aus und bretter da runter ja kann man auch beim Laufen mehr aber mit dem Rad ist man halt im Straßenverkehr und wird beim Ultrarennen sicherlich bergab keine Risiken eingehen sondern das eher dazu nutzen sich ein bisschen auszuruhen ok das heißt beim Ultra Wettkampf ab am Radl gewinnst bergab nichts du kannst verlieren schlechtestens vor ist dein Leben weil du bist ja trotzdem schnell weil das passiert im Radl aber beim Laufen ja für mich war das immer das große Problem beim Ultra Radfahren dass ich da bergab bin ich ein kleiner Schisser schon beim Laufen und wenn ich dann noch bergab Fahrrad fahren müsste ich würde teilweise mit 30 kmh runter Griechen und das ist halt dann Griechen für Radfahr Verhältnisse wahrscheinlich und das ist das schreckt mich immer so ein bisschen davon ab es kommt auch darauf an ob ich in einen extremen Schlafentzug reingehe dann wird es vielleicht auch in der Dunkelheit ich vielleicht eine Passabfahrt absolvieren muss wir hatten das wir hatten dieses Jahr ein Gespräch mit Philipp Keider und dem haben wir das ähnlich gefragt er fährt viel bei Racer Cross Austria und Racer Cross Niederösterreich bei den ganzen Sachen mit und das ist das was mich auch immer wundert weil Ultrarad Fanen sind ja meistens im Straßenverkehr und wenn der da jetzt zwei drei Tage unterwegs ist und dann im dritten Tag irgendwo eine Passstraße runter runter muss von mir aus in der Nacht das ist schon einiges gefährlicher als wenn ich da irgendwo einen Berg runter laufe in der Nacht weil laufen kann ich das Ganze ja noch einmal oder da kann man natürlich nie in so eine Erschöpfung reingehen wie jetzt zum Beispiel beim Race Across America wo ich gefährlich dann wahrscheinlich ja wenn du bist ja von den Kurzdistanzen in dem Fall gekommen also weil diese im Vergleich dazu sind ja diese Elite Straßenrad Rennen oder Zeitvorrennen sind ja quasi ein Wimpernschlag im Gegensatz zu diesen self supported Long Distanz Geschichten und es gibt ja für es gibt ja für alles irgendwie Typen dass man sagt die Ahnen sind eher ja eben Sprinter die können brutal viel Leistung kurzfristig raushauen andere sind einfach Menschen die eine gewisse Leistung auf ewig raus bringen können und ihr habt euch beide ein bisschen damit beschäftigt mit dem wie Athletinnen und Athleten ticken und wofür sie prädestiniert sind wenn ich das richtig verstanden habe ist das so dass ich es richtig verstanden habe ja also womit ich mich auseinander gesetzt habe war wie kann ich das also zum einen wie kann ich das Nerven System trainieren dass es so lange Belastungen aushält und das andere war mich hat interessiert das Training individueller zu gestalten nicht nur für mich sondern auch für meine Athletinnen und Athleten und ich habe mir die Frage gestellt wie kann ich rausfinden was für wen besser funktioniert welches Trainingsprinzip ist es bei dem einen vielleicht mehr Volumen geht oder mehr über die über den Umfang oder gehe mehr über die Intensität oder gehe mehr über die Variation und was funktioniert bei wem am besten und der Antwort habe ich dann drauf gefunden eigentlich bei Trainern in den USA und in Kanada im Speziellen beim Charles Poliquin ein Trainer den ich also den ich sehr schätze den ich sehr verehre der hat damit gearbeitet mit Neurotransmitter Typen also der hat mittels Fragebogen ermittelt welcher Neurotransmitter welcher Botenstoff bei wem vorherrschend ist und hat da vier Botenstoffe unterschieden voneinander die die eben dominant sind in einem Individuum und das waren also die exzitatorischen Botenstoffe Dopamin und Acetylcholin und auf der anderen Seite die inhibitorischen wichtigsten Botenstoffe GABA und Serotonin und das korreliert eben mit diesen mit den Trainingsprinzipien also diese vier Botenstoffe die quasi in uns herum transmitieren im Körper rum 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 danke genau das Problem hat jeder nur also alle viere haben wir alle natürlich ja wir haben noch mehrere aber das sind einmal die vier geht es um die Anzahl oder nur quasi wer von den vier die Hosen an hat so eher letzteres okay also was der vorherrschende ist jeder ist natürlich ein Mischtyp aber bei manchen ist einer dominanter als der andere okay das ist dann mehr oder weniger so das Thema oh habe ich habe ich eher viel oder wenig Bartwuchs beziehungsweise habe ich habe ich jetzt irgendwas in die Richtung also jeder hat Bartwuchs quasi aber viel oder wenig wir haben euch vorgewarnt bekommen mit sehr viel Unwissen wir haben nicht gelogen ich weiß nicht ob das ein guter Vergleich ist aber wahrscheinlich nicht ich bin ganz schlechte Vergleich die die Botenstoffe das korreliert auch mit den Muskelfasern zum Beispiel Dopamin dominante Typen haben eher schnelle Muskelfasern und es sind Typen die sehr gut auf Intensität reagieren also mit solchen Leuten mache ich schnelle Sachen das wird ihnen auch Spaß machen Sprints im Kraftraum schwere Gewichte wenig Wiederholungen oder Übungen aus dem olympischen Gewicht das sind auch die Typen die man findet im Kraftsport oder im Kampfsport Dopamintypen jetzt zum Beispiel ok das hat aber also Dopamintyp das heißt der würde irgendjemand der so gepolt ist würde auf irgendwas speziell ansprechen oder dem würde es besonders taugen hat jetzt aber nicht grundsätzlich etwas mit dem Körpertyp zu tun dass man sagt ok Menschen die eher viel Muskelmasse haben und vielleicht eher kompakt sind eher dieser Typ sondern das ergibt sich dann eher daraus dass sie auf das besonders ansprechen eher letzteres ja ok also ich glaube von einem Körpertyp würde jetzt da nicht ausgehen das Problem ist dass man diese Botenstoffe mit keiner invasiven Methode so ermitteln kann dass es einen Sinn macht weil die extrem sich im Tagesverlauf extrem schnell ändern und deswegen hat man dann einen Fragebogen entwickelt und ich habe meinen persönlichen Fragebogen extra für den Sport entwickelt der so Bereiche wie natürlich Sport Ernährung Schlaf Sozialverhalten und so weiter abcheckt und daraus dann dieses Neurotransmitter Profil erstellt und basierend auf dem dann quasi auswählt welches Trainingsprinzip funktioniert für diese Person am besten ok das heißt ich mache im Endeffekt im Endeffekt mache jetzt kommt wieder eine gefährliche Annahme ich mache jetzt da quasi einen Fragebogen zur Art und Weise meines Lebens und wie ich ticke im Kopf oder wie ich tue und daraus ergibt sie was ich wahrscheinlich für ein Typ des Trainings bin darf ich da vielleicht kurz einparken aus eigener Erfahrung also ja vielleicht vielleicht als Beispiel also weil auch gefragt wurde ob man das an der Optik so ein bisschen festmachen kann also also meiner Beobachtung nach ist es schon so wenn wenn jetzt jemand eher so wie ich zum Beispiel Dopamin dominant ist dass sich Leute dann halt eher auch zum Kraftbereich hingezogen fühlen dann auch gerne Sprints und so weiter machen und das sind dann schon auch durchaus Sachen die man optisch sieht einfach von der Ausprägung der Muskulatur also da ist natürlich ganz viel Genetik dabei aber was die Neurotransmitter betrifft spielt ja da auch die Genetik stark mit rein also ich würde jetzt nicht behaupten dass ich auf der Straße sehen Leute einfach nur sehe und sagen kann welcher Neurotransmitter da jetzt dominant ist aber Tendenzen kann man schon ableiten bei Dopamin auf jeden Fall ja bei Acetylcholin wahrscheinlich weniger ja und aber jetzt auch bei der Auswahl der Sportdaten also ich habe es jetzt auch an mir selber gesehen ich habe halt sehr viel herumprobiert weil man natürlich auch jetzt durch sein Umfeld eher animiert wird also im Ausdauersport geht das halt mehr Richtung Langstrecke also da gibt es nicht so die Bewegung wo viele im Umfeld sagen jetzt probier doch mal Sprint Mittelstrecke aber es gibt super viele die fragen warum laufst nicht mal einen Marathon wenn du ja eh gut läufst und ich bin dann aber einfach über ganz viel Versuch Irrtum draufgekommen einerseits welche Wettkämpfe mir liegen welche Wettkampf Distanzen dafür müssen die aber auch erst einmal in relevanter Auswahl angeboten werden das ist natürlich schwierig wenn man sagt okay ich mache jetzt gern Wettkämpfe bis zu einer Stunde und die werden aber halt kaum in meiner Sportart angeboten also das ist auch gar nicht so leicht immer das rauszufinden aber auch beim Training also ich habe selber bei mir mehr Krafttraining kurze Sprints hart Intervalle das ist viel mehr meins als so lange Ausdauersachen wie es die Brigitte zum Beispiel macht und über dieses im Endeffekt war das über ein Jahrzehnt herumprobieren und selber von mich herausfinden was macht mir Spaß worauf spreche ich auch gut an wo merke ich dann eine Leistungssteigerung hat sich dann im Endeffekt das herauskristallisiert was dann auch bei diesem Neurotransmitter Profiling rausgekommen ist was für mich gut funktioniert also das hat vorher jetzt vielleicht so ein bisschen fast esoterisch geklungen dass man sich selber jetzt einordnet und Fragen beantwortet aber man muss dazu sagen das sind ja nicht positiv oder negativ Fragen wo man dann sagt was weiß ich ich ordne mir eher positive Eigenschaften oder eher negative Eigenschaften zu sondern das ist ja komplett wertneutral und am Schluss erfährt man im Endeffekt mehr über sich selbst und manchen ja also erschließen sich vielleicht auf einmal auch Themen also warum reagiere ich nicht so gut auf Umfänge wie jemand andere warum erzählen mir immer alle du musst für die und die Leistung viel viel mehr trainieren und ich merke aber halt selber naja wenn ich das mache funktioniert das für mich nicht für mich funktioniert ein anderer Weg und es bestätigt einen dann natürlich auch selbst wenn man mehr versteht warum ist das bei mir so warum sollte ich bei dem bleiben was ich im Endeffekt eigentlich eh schon selber für mich so ein bisschen rausgefunden habe und je nachdem wie viel Vorerfahrung jemand in seinem Sport hat wieder halt schon mehr oder weniger herausgefunden haben wenn jemand ganz neu zum Sport kommt dann konnte derjenige noch keine Erfahrungen sammeln und dann ist es natürlich sehr sehr wertvoll weil man am Anfang schon dieses Profiling hat und damit schon jemanden eher Einheiten geben kann die einerseits Spaß machen und auf die derjenige auch eher gut anspricht und das ist natürlich sehr viel motivierender als viel auszuprobieren was dann im Endeffekt vielleicht für andere gut funktioniert aber für einen selbst nicht ja voll ich glaube eh das ist so oft glaube ich in der Laufwissenschaft vieles macht man eh so vom Gefühl wie du sagst man probiert es einfach aus und man bleibt ja üblicherweise bei dem was einem gefällt und gefallen ist oftmals dass man Fortschritte sieht weil man viel Zeit investiert und man sieht irgendwie keinen Fortschritt dann verlieren viele Menschen oft die Geduld und wenn man irgendwas macht man probiert Krafttraining aus und sieht plötzlich da entstehen relativ schnell Muskeln dann ist man vielleicht der Typ bei dem das halt gut anschlägt man ist dann nicht der Beta aber der macht es ja auch nicht gern und dann tut man das halt weiter ich glaube aber ich finde es auch immer wichtig dass es gerade für Anfänger so Methoden gibt die einem da ein bisschen helfen und dabei unterstützen und dann in die richtige Richtung schubsen und einem einen Weg vorgeben Was mir da interessiert weil du sagst in die richtige Richtung schubsen und den Weg vorgeben muss ich muss ich wenn ich diesen Fragebogen mache muss ich mich schon sehr gut selber kennen und ehrlich zu mir sein weil viele Menschen wenn es gerade um Fragebogen und Ähnlichem geht wurscht ob die positiv und negativ sind entweder wissen sie nicht wie sie ticken oder schreiben das hin wie sie gern sein würden oder von anderen gehört haben dass sie sein sollten wenn sie das machen wollen was sie machen wollen man kann natürlich manche Sachen auch mit dem Design von einem Fragebogen in die richtige Richtung leiten sagen wir mal so also in der Psychologie beschäftigt man sich ja damit wie formuliere ich Fragebögen so dass ich da manche Sachen eben ausschließe also ich kann auch Fragen einbauen um zu checken ob jemand sich selbst in die Taschen lügt oder nicht zum Beispiel und wichtig bei dem Fragebogen ist dass man eher intuitiv beantwortet also aus dem Bauch raus und gar nicht so viel drüber nachdenkt und die Fragen sind auch so konzipiert dass es einen schon in eine Richtung quasi drängt also es ja oder nein und nichts dazwischen damit nur eindeutiges Ergebnis rauskriegt ok also ohne den Fragebogen zu kennen weil die Sandrina hat diesen Fragebogen ja auch gemacht und hat sich quasi selbst nochmal neu verortet dort wo sie quasi eh schon war mehr oder weniger aber wenn ich mir den Fragebogen vorstelle das ist nicht so der klassische bewerten sie auf einer Skala von 1 bis 10 whatsoever es ist eher so ein ja nein ja nein ja genau gefällt mir jetzt schon ja und ich muss mich als Sportler oder als Sportlerin nicht so genau kennen ich muss mich nur erkennen quasi in meinem Schlaf- und Essverhalten zum Beispiel das kann jeder Mensch ja mehr oder weniger mehr oder weniger ja ich muss sagen ich habe nicht viele Leute erlebt wo es wirklich daneben gegangen ist das war die absolute Ausnahme ich habe eher erlebt dass manche Leute das nicht annehmen wollen das Ergebnis und dann gibt es auch den Fall von Leuten die den Fragebogen dann komplett ablehnen das ist auch ein Ergebnis sagen wir mal so ja gut das ist aber glaube ich bei vielen Fragebögen so ja dass du irgendwie wenn du hast der sagt okay da kommt zwar raus dass ich A bin oder so ticke und sie sagen nein nein so will ich jetzt aber nicht sein dann dann ist der fragebogen blöd aber man ist nicht auf das festgelegt überhaupt nicht und es bedeutet auch nicht wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Fragebogen rauskomme ich bin ein Acetylcholine Typ was zum Beispiel mehr die spielerischen Typen wären also Polyquin hat es festgestellt dass zum Beispiel bei Football Teams 90% Acetylcholine dominant waren das sind einfach Player das sind Leute die gern spielen die findet man sehr viel in Ballsport aber ich werde es im Ausdauersport auch finden und das bedeutet jetzt nicht dass ich zum Beispiel als Acetylcholine die keine Ultra Rennen machen kann ich kann es schon machen aber ich muss das Training so gestalten dass es für mich passt in dem Fall müsste ich zum Beispiel darauf achten dass ich unbedingt auch Ruhetage und Ruhewochen Einhalt und das oberste Trainingsprinzip für den Typus wäre zum Beispiel Variation also das ist niemand den ich jeden Tag stundenlang auf ein Radl setzen werde sondern da schaue dass ich ganz viel variierende Trainingsinhalte reinbringe mal kurz und knackig dann wieder langsam und locker dann vielleicht auch andere Sportarten integrieren sodass einfach ein Trainingsplan rauskommt in dem ganz viel Variation drin ist und dann wird es funktionieren also das ist dann nicht ein klassischer 24 Stunden im Kreislauf Typ eigentlich nicht das kann man schon machen das wären eher die GABA Typen das sind Leute eher auf der inhibitorischen Seite der Neurotransmitter die verfügen über ein sehr hohes Potenzial an Regeneration und auch die tolerieren hohe Cortisol Spiegel auch die können sehr gut mit Stress Hormonen über einen langen Zeitraum umgehen das ist für die anderen für einen Acetylcholin Typ zum Beispiel nicht ideal Da gab es einen Test wenn ich mich nicht täusche in einer amerikanischen Unilaboreinrichtung wo sie bei einem Langstreckenläufer also einem Ultraläufer auf der Straße rausfinden wollten wie lange dass die Person laufen kann also wie lange geht das durchgehend und bei dem sind ich drauf gekommen bei einem bestimmten Level weil das war halt so super super eintönig weil am Laufband immer gleiche Geschwindigkeit immer dahin schrecklich ohne ohne irgendeine Abwechslung das ist so das ist echt so 24 Stunden in der Waschküche eine Kopfschicht kannst machen aber freiwillig eher nicht so und der hat dann eine gewisse Geschwindigkeit gehabt wo sein Körper schneller regeneriert hat als er quasi ermüdet ist weil der hat irgendwo so eine Laktat-Delle drinnen gehabt und sein begrenzender Faktor hinten raus war einfach nur Schlaf also irgendwann hat der Körper einfach gesagt so Shutdown jetzt ist meine Schlafenszeit geht nicht mehr das Hirn hat das quasi gesagt genau das Hirn hat gesagt so jetzt kannst du nicht mehr wach bleiben aber es war nicht der Körper weil er hat einfach genug Kalorien gekriegt und ist dahin gegründelt wo andere Menschen halt wahrscheinlich gesagt hätten nein das spielst nicht also wo der Körper Dinkanesses ich glaube ich glaube wir haben sowas erinnern zu können dass das der Dinkanesses war wenn wir es finden tun wir es in die Shownotes aber ich weiß es war irgendwo die abgeründete des Internets ja suchen sie im Internet aber du hast die für Typen erwähnt also bei mir wäre am Laufbahn schon nach 10 Minuten Schluss vom Kopf her einfach also das ist einfach eine sehr individuelle Sache und also bezüglich dieses Neurotransmitter Profilings muss sich da auch niemand fürchten dass man dann in irgendwie eine Kategorie gestopft wird nach dem Motto du bist jetzt so wie in meinem Fall Dopamindominant du kannst keine langen Ausdauersachen machen also Brigitte hat es eh auch schon gesagt man kann es schon machen es ist einfach nur ein zusätzlicher Erklärungsansatz warum man sich vielleicht zu manchen Dingen gar nicht so sehr hingezogen fühlt und sich mehr plagt und ein zusätzlicher Punkt als Entscheidungsgrundlage wo man sich sportlich hin entwickeln möchte aber wenn man sagt nein ich möchte trotzdem einfach Marathon Ironman Ultras was auch immer machen dann geht das natürlich auch also ich habe auch schon eben lange Wettkämpfe gemacht die mir eigentlich vom Talent gar nicht entsprechen ich werde nie im Bereich der Weltspitze sein weil ich einfach schon das Training dafür nicht umsetzen mag ja wahrscheinlich körperlich auch gar nicht kann aber ich sage mal solide Leistungen kann man trotzdem bringen das hast das Stichwort geliefert das heißt diese vier Typen sind quasi ich nenne es jetzt mal Talent Indikatoren weil du kannst ja damit alles andere auch tun was man also wenn ich jetzt unbedingt Gewichtheber werden will dann werde ich das wahrscheinlich auch können aber ich bin mit meiner Statur halt jetzt nicht der prädestinierte Gewichtheber das heißt ich kann es halt nur so weit tun wie ich es halt einfach mit brutaler Konsequenz und Training machen kann aber das letzte Quäntchen irgendwas wird es halt dann nicht mehr spielen und es wird mir schwerer fallen als anderen was mich jetzt interessiert wir haben von den vier Typen gesprochen aber ich glaube wir haben bis jetzt nur zwei so am Rande vorgestellt kannst du nochmal das Dopamintyp habe ich mir noch gemerkt das andere Wort war mir schon wieder zu kompliziert Acetylcholin genau das klingt viel besser wenn es das du sagst und da haben wir gelernt das ist der spielerische Typ was sind die anderen zwei das ist der schnelle Typus das ist der neurotransmitter der am schnellsten funktioniert und verantwortlich ist für schnelle Bewegungen nicht schnell kräftige Bewegungen aber schnelle Bewegungen die anderen beiden sind die inhibitorischen GABA und Serotonin und GABA das ist so der sagen wir mal der Sniper Typ das sind die Leute die Geduld haben die abwarten können die eher ruhig sind und die ein sehr hohes regeneratives Potenzial haben und das ist auch der vorherrschende Typus auf den entfallen die meisten vor allem im Ausdauersport und das sind auch Leute die mehr in den Ausdauersport tendieren weniger jetzt in Kraft oder Kampfsport Bereich und Serotonin ist ein bisschen tricky das sind Leute die findet man im Ausdauersport ganz ganz selten bis gar nicht weil die auch aus Trainingsplänen zum Beispiel eher ausbrechen die wollen diese Struktur nicht und das sind Leute die auch ohne Sport glücklich sind und das ist im Ausdauersport eher selten weil da hat man eher den Typus der wenn ich nichts machen kann dann bin ich total unrund ja ein Typ der ohne Sport glücklich ist der ist im Ausdauersport wirklich eine ganz falsche Fehler das sind Leute die tendieren eher zu Risikosport aber die findet man vielleicht eher beim Skateboarding Snowboarding solche Sachen falsch am Springen da musst nicht viel kennen außer fallen ich möchte es nicht machen und einer wird jetzt wahrscheinlich widersprechen dass du schon einiges können musst aber ja sicher zu rechten Zeit an Falschem aufmachen war halt gut die merken welchen Knopf und welches Ding du anziehen musst aber jetzt diese das sind ja alles Aminosäuren Fragezeichen nicht alle GABA ist auch eine Aminosäure aber Teile davon Hurra und bei GABA habe ich nachgeschaut das ist ja auch das kriegst du auch als Nahrungsergänzungsmittel wenn ich jetzt eine bestimmte eine bestimmte Sportart machen möchte für die ein bestimmter Typ besser ist würde es dann hilfreich sein damit zu unterstützen das ist jetzt klar ich will jetzt nicht hey du musst Tabletten kaufen sondern nur vom Prinzip her wäre das sinnvoll oder ist das auch was wo du sofort in der Topping Liste bist es gibt die Möglichkeit sich natürlich die Vorteile anderer Neurotransmittertypen zu eigen zu machen das sind dann aber eher erstens einmal Lifestyle Entscheidungen dann ist es auch hilfreich Aktivitäten von dem Neurotransmittertyp zu übernehmen sich mit Leuten zu umgeben die diesen Neurotransmittertyp haben unter Umständen kann man auch supplementieren also man kann das aus mehreren Richtungen angehen wenn ich jetzt zum Beispiel mein GABA also wenn ich das steigern will weil ich vielleicht schlecht schlafe weil ich vielleicht Probleme in der Regeneration habe dann würde es Sinn machen also dass ich zum Beispiel Atemtechniken entwickle oder Yoga mache oder alles mögliche was das regenerative Element unterstützt und da könnte ich jetzt in dem Fall zum Beispiel auch supplementieren indem ich GABA nehme aber was ich da raushöre falsche Freunde höre raus ja das auch aber du hast sowieso immer die falschen Freunde bettet aber du hast mich aber was ich da raushöre ist dass ich das schon noch durch durch Aktivitäten oder durch Handlungen unterstützen kann dass dieser Botenstoff vermehrt ausgesendet wird oder dass ich mir eben die Vorteile von dem Botenstoff zu eigen mache also wenn ich zum Beispiel ein GABA-Typ bin und ich bin eher dafür also was mir taugt ist ewig sehr hoch voluminöses Training stur durchzuziehen aber ich habe vielleicht Probleme in der Fahrtechnik dann würde es Sinn machen vielleicht das spielerisch anzugehen und mehr vielleicht mit dem also in dem Fall mit dem Mountainbike oder was rauszugehen und spielerisch an der Fahrtechnik zu arbeiten dann würde ich mir die Vorteile von Acetylcholin zu eigen machen ja und ich denke das ist auch immer wichtig dass man was man eh schon oder was ihr zwei eh auch schon gesagt habt dass das zwar ein Indikator ist was gut bei einem funktioniert aber dass es halt nicht gesetzt ist und dass man trotzdem also ich habe die Hoffnung für die Santrina noch nicht verloren dass sie auch Ausdauer Ultra-Tour-Athletin werden kann aber die Möglichkeit besteht einfach wenn man wirklich will und dann muss man halt wissen wie man wie man dorthin kommt und dann kann man alles erreichen was man erreichen will auf jeden Fall wenn ich jetzt da was ja was ja oft passiert also die Santrina ist ja ich sage es einfach mal es ist eine Ausnahme insofern dass sie schon sehr lange quasi ihre Distanz gefunden hat auf der sie gut funktioniert und bei anderen Sportarten oder bei nennen wir es mal nur laufen ist ja oft so dass die Menschen anfangen mit Mittelstrecke und irgendwann enden sie in der Ultra-Ausdauerschiene wäre das immer der gleiche Typ oder verändert sich der dann über Dauer meinst du jetzt der Neurotransmitter-Typ genau weil die sind drinnen der bleibt immer gleich das bleibt immer gleich egal ob er bleibt immer gleich ein Leben lang ja okay das heißt ich kann ich kann wir versuchen andere Botenstoffe anzueignen oder 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 das Element zu stärken aber der Grundtypus bleibt immer man muss auch den Test nicht wiederholen ist nicht notwendig okay okay also wenn ich weiß ich nicht ein Suchttyp bin dann bin ich ein Suchttyp Ende Gelände richtig ja die kann man die Sucht aussuchen vielleicht aber das war es dann ja oder ich kann mir aussuchen das zu laufen aber ja das wird immer ja ein Element sein oder das wird immer der vorherrschende Typus sein das ändert sich nicht und und was mich jetzt du hast ja gesagt du arbeitest jetzt in deiner in deiner Tätigkeit als Trainerin arbeitest du mit dem du halt versuchst deine Athleten da quasi zu kategorisieren kann ich das wenn ich jetzt mich selbst kann ich das auch irgendwo selbst machen oder gibt es da die Möglichkeit gibt es gibt es solche sowas es gibt die Möglichkeit einfach mal googeln man wird Fragebögen im Internet finden die sind jetzt halt nicht unbedingt auf den Sport zugeschnitten aber zum Beispiel der Braver Man der Psychologe der Amerikanische der hat einen Fragebogen entwickelt den könnte ich Braver Man ja das war einer der sehr viel damit gearbeitet hat und ich glaube Charles Poliquin hat das auch von Braver Man ist quasi durch ihn da drauf gekommen macht es Sinn wenn man sowas unbegleitet tut also weil es gibt ja einige Fragebögen wo man sagt ja die gibt es schon oder die kannst du schon machen aber bitte versuch es nicht selber auszuwerten und Dinge zu tun weil da kommt nur Blödsinn man kriegt eine Auswertung im Internet aber sie ist eben nicht sportspezifisch okay also es wäre sinnvoller wenn man weiß ich nicht zu Sandrine wenn ich das als Athlet wissen will dann macht es natürlich Sinn dass ich einen sportspezifischen Test mache und das ist natürlich nur ergänzend also das ist sagen wir mal so trainieren muss ich genau so ja also je mehr Leistungsdiagnostiken ich mache also wenn ich einen Laktattest mache ist das schön aber wenn ich die Spiro dazu mache ist das noch besser und wenn ich dann vielleicht noch den Neurotransmittertyp dazu weiß ist es überhaupt am allerbesten also ich ich gewinne einen anderen Mosaikstein das Bild wird einfach vollständiger aber natürlich sind ist die Leistungsdiagnostik der Sportwissenschaft zusätzlich absolut wichtig ja aber wenn ich dann weiterhin trainieren muss dann ist es ja noch immer viel anstrengend es wird auf alle Fälle anstrengend ja Mann also was man glaube ich sagen kann ist wenn jetzt jemand den Test googelt und selber macht ist es jetzt nicht in dem Sinne gefährlich dass den dass den eine Lebenskrise stürzen wird ich sehe eher das Problem dass man halt nicht wirklich weiß wie man das jetzt für sich selber nutzen kann das ist alles ja also ich habe eigentlich auch nur durch die Brigitte dazu gefunden und alles was ich darüber weiß weiß ich halt im Endeffekt über sie und bei mir hat sich halt sehr sehr gut überschnitten ich habe jetzt auch schon viele Sportler kennengelernt die eben bei der Brigitte auch dieses Testverfahren gemacht haben und wo ich eben wie sie auch gesagt hat das Gefühl habe es ist einfach ein zusätzliches Mosaiksteinchen was dazugekommen ist was einfach hilfreich ist auch für also Erklärungen bietet gerade auch Sportlern die vielleicht oft an ihrem Training zweifeln und sagen ja wenn ich so nach rechts und links schaue der macht das so und der macht das so warum mache ich das anders und dass man dann eben über so ein Mosaiksteinchen erfährt ja gut aber du bist halt der und der Typ und deine Erfahrungen warum das und das bei dir gut funktioniert decken sich eben mit einem Neurotransmittertyp deshalb schau bitte nicht darauf was andere Sportler trainieren sondern schau darauf was für dich gut funktioniert und dann wird man auch sein Training etwas fokussierter noch durchziehen und einfach weniger Zweifel dafür ist es sehr nützlich es ist aber natürlich nicht das eine Tool das alles erklärt und revolutioniert das ist es nicht hast du deine Trainings angepasst also hat sich dadurch durch dich was verändert ich habe meine Trainings nicht wirklich angepasst weil ich vorher durch viel Versuch Irrtum was ich mir sicher zum gewissen Teil erspart hätte schon eigentlich so ausgerichtet habe dass es zu meinem Neurotransmittertyp passt aber ich habe eben auch gegenteilige Ansätze ausprobiert die alle nach hinten losgegangen sind und ich meine man muss dazu sagen ich habe jetzt vor ein paar Jahren eben mit der Brigitte diesen Test gemacht und davor aber schon über ein Jahrzehnt eigentlich an meinem Training gefeilt ja also da war einfach schon ein großer erfahren Schatz da und ich bin auch eher ein Typ der nicht so sehr darauf schaut was andere machen und dann also ich habe dann nicht Angst wenn jemand anderen doppelt umfang oder so trainiert dass ich das auch machen muss aber es gibt schon noch Sport hat jeder schneller an sich zweifeln und es ist auch einfach ein bisschen eine Altersfrage also ich meine ich habe das mit Mitte 30 das Thema dann beleuchtet da kennt man sich eigentlich schon relativ gut selbst dann und schon so lange im Sport dabei ist guter Hinweis würdest du das jemandem empfehlen der keine Ahnung 16 ist oder ist das dann etwas wo man sagt wo man dann sagt ich ich schicke den dann in eine Richtung und er das klingt jetzt vielleicht ein bisschen härter als das Mann und nehme ihm ein bisschen den Spaß am Herumprobieren das glaube ich gar nicht also es ist ja so wenn man sich wenn man sich überlegt in der Nachwuchsarbeit da schaut man ja schon wo liegen die Stärken und Schwächen und normalerweise haben Sportler an dem worin sie gut sind einfach auch ein bisschen mehr Freude ausnahmend bestätigen die Regel und das ist dann auch völlig in Ordnung ja aber grundsätzlich ist es schon einmal ganz gut seine Stärken und Schwächen zu kennen und da vielleicht auch noch einmal gezielter auszudählen was was probiere ich denn überhaupt aus ja was was habe ich vielleicht noch gar nicht am Schirm gehabt was was mir liegen könnte und am Ende wählt man natürlich rein nach persönlichen Präferenzen also man soll sich da gar nicht in eine Richtung drängen lassen darum geht es überhaupt nicht und es ist ja auch so wir sind ja Mischtypen es ist ja nicht ich bin zum Beispiel Dopamin dominant aber habe auch relativ hohe Gaberwerte also man kann jetzt nicht sagen Dopamin ja alles andere nein und deshalb kannst du das eine und das andere nicht so ist es ja überhaupt nicht es ist einfach eine Gewichtung nicht mehr nicht weniger gibt es da gibt es da auch irgendwie ein Verzeichnis wenn man das früh schon weiß dann spart man sich halt ein bisschen Lehrgeld das ich im Endeffekt gezahlt habe was auch nicht schlimm ist aber halt wahre zu gibt es da irgendwo das klingt jetzt echt ein bisschen doof aber gibt es da irgendwo so ein Lexikon der Schwartarten wo man sagt wenn du dieses und jenes eher deinem Typ entspricht sieh dir mal diese 27 Sportarten an naja ich glaube die Auswahl ergibt sich auch schon allein dadurch ob es das überhaupt im Umfeld gibt ob das angeboten wird ob es Vereine gibt also es bringt jetzt nichts wenn ich in irgendeinem südeuropäischen Land drauf komme ich möchte jetzt Landlauf betreiben also das ist halt ist vielleicht dann zum Neurotransmittertyp passend aber ich muss halt umziehen also das ist dann auch wertlos aber ob es jetzt eher Richtung Ausdauer Richtung Langzeitausdauer geht Spielsportarten Einzelsportart versus Teamsportart also da gibt es so viele Freiheitsgrade und wenn sich das eh schon mit dem deckt wo es mich hinzieht dann ist das doch schön und wenn nicht dann probiere ich auch ein paar andere Sachen aus also das würde ich ganz flexibel sehen aber diese Tests also jetzt vielleicht nicht Neurotransmitter Profiling aber eben Krafttests sportmotorische Tests also das wird ja alles im Nachwuchsbereich schon gemacht und da ein bisschen vorselektiert jetzt vielleicht nicht so extrem wie in Ländern die das sehr sehr systematisch betreiben wo halt vielleicht auch mehr Druck und Zwang dahinter ist aber grundsätzlich haben wir in der Schule auch Sprungtests gemacht Lauftests ja und früher hat man halt gesagt naja Kinder die sollen halt eher kürzere schnellere Sachen machen und erst spät Richtung Langzeitausdauer trainieren heute sieht man dass eigentlich im Spitzenmarathon Bereich auch schon sehr sehr junge Läufer weit vorne dabei sind die vielleicht von Anfang an ihre Freude im Laufen gar nicht gefunden hätten wenn sie in die Sprint- und Mittelstreckenrichtung aufgrund ihres Alters geschoben worden wären die hätten gesagt Laufen ist nicht meins aber alles vielleicht ab 5 oder 10 Kilometer hat ihnen als Jugendlicher schon Spaß gemacht und wenn man das über sportmotorische Tests Leistungstests Neuraltransmitter Profiling was auch immer einfach rausfinden kann dass nicht jemand für diese Sport der an sich ungeeignet ist einfach nur die Unterdisziplin nicht passt dann ist es doch super wenn jemand dadurch eher Freude am Sport findet und nicht so in ein Schema gepresst wird also ich sehe dieses Wissen eher als Erweiterung und nicht als Einschränkung aber es ist natürlich immer die Frage wie man es nutzt natürlich und wenn man vorher schon gesagt ist man muss ja da nicht wenn man dann trotzdem sturer Bock ist und meint man macht trotzdem anders dann weiß man zumindest vielleicht wie man es anders machen kann oder wie man wie man mit welchen Ausgangssituationen man da einfach hantiert das ist glaube ich eh gut dass man das weiß ja ja was mir noch eingefallen ist ich bin zum Beispiel eher Typ ich bin da eigentlich anders als die Sandrina ich fühle mich dann eher zu Sachen hingezogen die mir nicht so liegen und man kann das dann einfach trotzdem machen also man kann trotzdem in die Ultradistanzen gehen auch wenn man vielleicht vom Typus her für das nicht hundertprozentig geeignet ist aber wenn man es schlau angeht kann das trotzdem funktionieren also du wärst eigentlich du wärst eigentlich die prädestinierte Sturmspringerin ja genau sicher nicht du der Peter sagt auch immer dass er Laufen eigentlich nicht mag und er ist Ultraläufer also ich erkenne da eine gewisse Parallele und ja bei mir ich mache schon das was mir gefällt vielleicht sind wir uns da nicht so unähnlich irgendwie ich mag es nicht aber ich kann halt sonst auch nichts das ist natürlich richtig blöd reden kannst erkennt man das auch irgendwie über Neurotransmitter dass man blöd reden kann wenn dann dann schlagt der Peter das hier ganz weit oben an so wird man Podcaster wohl wahr eine Frage habe ich jetzt da noch weil gerade die Sandrine ja ganz stark in dem Krafttraining drinnen ist also im Bewegungsablauf ergänzen sich diese Dinge auch? ja ja also definitiv Brigitte hat es eher kurz schon angesprochen also beispielsweise Dopamin dominante Personen tun sich leichter beim Krafttraining auch wirklich mit hohen Lasten geringen Wiederholungszahlen zu trainieren das bringt ihnen viel das macht ihnen Spaß kann ich für mich absolut bestätigen während viele eher GABA dominante Typen total Schwierigkeiten haben wenn ich jetzt wirklich sage bitte geht es mit den Wiederholungen runter mehr Gewicht und also die die können das nicht so umsetzen wie ich das umsetzen kann und das habe ich auch lange nicht verstanden also es hat sicher auch mit der Verteilung der schnell zuckernden versus langsam zuckernden Muskelphasen zu tun aber es hat einfach nicht so für mich zusammengepasst und jetzt verstehe ich das nach und nach immer mehr also das ist eben die eine Komponente welche Lasten welche welche Zielsetzungen im Krafttraining rein auf die Kraftentwicklung bezogen man jetzt den Leuten vorgibt damit sie das auch wirklich sinnvoll neben dem Ausdauertraining umsetzen können also wenn du sagst ich bin im Krafttraining drinnen also ich würde sagen im Ausdauersport spezifischen Krafttraining also ich bin jetzt niemand der sich im Bodybuilding oder auch im olympischen Gewicht heben oder so auskennt also für mich geht es immer um das Krafttraining das als Zubringerleistung also für die Zubringerleistung für den Ausdauersport fungiert und auch also für die Verletzungsprophylaxe einfach sehr wichtig ist beziehungsweise auch damit ich gewisse Bewegungen erst einmal ansteuern lerne also ich denke jetzt zum Beispiel ans Beinachsentraining wenn jemand bei der Lauftechnik Schwierigkeiten hat die Beinachse zu stabilisieren dann kann ich das nur sehr eingeschränkt beim Laufen trainieren ich kann es aber sehr sehr gut an Gewichten trainieren und habe da einfach also einen viel größeren Nutzen und auch Aufwand zu nutzen ist da viel besser weil ich einfach mit ein, zwei Krafttraining in der Woche einfach schon sehr sehr viel bewirken Ja du musst wissen für den Peter ist der Unterschied nicht so groß solange ein bisschen Krafttraining machen muss glaubt er wie der Cornetto also Nein ich glaube es ich befürchte es Der Peter ist grundsätzlich ein Lauch also von daher Befürchtest du dass es Krafttraining das bringt? Er glaubt dass es zu viel bringt Er glaubt nur weil er jetzt drei vier Wochen lang Hypertrophie macht dass er jetzt aufgeht aber mir macht es ja auch Spaß also das ist nicht immer leicht gesagt Spaß ist im Peter sehr fremd Training muss keinen Spaß machen Es muss nicht jedes Training Spaß machen das stimmt auch also ich würde auch lügen wenn ich sage dass mir jedes Training und es irgendwie macht auch nicht jedes Krafttraining und auch nicht jedes Intervalltraining Spaß also das kommt halt auch immer darauf an wie fit man vorher ist und ob man gerade eigentlich lieber was anderes machen wird das stimmt schon aber im Großen und Ganzen sollte der Aufwand in einer guten Relation zum Output stehen und der Output kann auch Schmerzfreiheit und Gesundheit sein also wenn ich jetzt denke Beinachsentraining das klingt schon so irgendwie unspaßig aber im Endeffekt wenn mir das dabei hilft schmerzfrei gesund über viele Jahre laufen zu können dann habe ich vielleicht nicht diese Erfüllung beim Krafttraining selbst aber ich habe dann diese Endorphinausschüttung beim Laufen wenn ich einfach gerne laufen gehe ja da ist wahrscheinlich eher der Flo der Ansprechpartner bei dem die macht ja Laufen wirklich Spaß ja aber Krafttraining jetzt nicht so ja aber du machst Krafttraining damit dir Laufen Spaß macht ja eben also du bist ja eher in dieser Schiene ich geißle mich gern selbst und finde Gefallen daran das ist auch ein spezieller Typ aber ich glaube nicht dass das was mit Neurotransmitter weißt das na siehst du ja ich muss aber dazu sagen ich hatte jetzt eine ganze Stunde Lehrunterricht und bin sehr glücklich und zufrieden damit weil ich eigentlich immer glücklich und zufrieden bin wenn ich was gelernt habe gibt es zu dem Thema irgendwas was man jetzt da erstens Menschen mitgeben kann die jetzt da angefixt sind und sagen hey wo kann ich da wo kann ich das erfahren wo kann ich den Test machen begleitet wie komme ich zu einem von euch beiden also das werden wir in den Show Notes verlinken wie viel Zeit brauche ich dafür wie wie weit wie geht es dann weiter was fange ich dann mit diesem Ergebnis an also das erste wäre wenn man auf meine Homepage geht Bear Rides Training kommen dann kann man sich da mal kurz informieren über den Neurotransmitter Test und mich kontaktieren und dann sende ich das den Fragebogen zu und der Fragebogen selber das dauert 10 bis 15 Minuten circa also eine Viertelstunde ja und der Fragebogen bleibt dann auch bei bei dem Sportler bei der Sportlerin weil die Fragen relativ persönlich sind mich interessieren dann nur die Ziffern und im weiteren Verlauf macht man sich dann einfach einen Termin aus für Gespräch und und erörtert dann alle Fragen die dann da eben auftauchen wie das Training dann auszuschauen hat was das bedeutet für den Trainingsplan etc das ist so das Prozedere ok und das und das könnte ich dann mitnehmen weil wenn ich jetzt zum Beispiel schon bei einem anderen Coach bin in meiner Sportart der Wahl weil genau ich bin professioneller Segelflieger oder keine Ahnung ja Tierkosakrobat und da seid ihr dann wahrscheinlich nicht die ähm ähm professionellen Trainer dafür nein für den Neurotransmittertyp ist es wurscht also man nimmt das Ergebnis dann mit und geht eben zu seinem genau zum Trainer und zu seiner Trainerin genau das ist aber ein Raufkummer perfekt ähm alle Segelflieger werden sich jetzt freuen ja wenn sie uns hören solltest du von ein bis sieben Segelfliegern Kontakt bekommen bitte sag uns das dann wissen wir was unsere Zielgruppe ist dann schreiben wir uns irgendwo als Testimonial auf aber man kann dann auch tatsächlich als Trainer oder als Trainerin oder davon quasi was ableiten und was mitnehmen und sagen okay ja das ist eine sportwissenschaftliche Beratung in dem Sinn also das ist eben spezifisch für den Sport welches Trainingsprinzip sollte vorherrschen wie sollte der Plan ganz im Groben ausschauen sollte mehr über Volumen gehen über Intensität kann ich ohne Ruhetage arbeiten sollte ich Ruhetage unbedingt einhalten alle diese Dinge das klingt gut ja ich glaube das Thema haben wir ganz gut erfasst also ich glaube ich habe es einigermaßen verstanden und das ist immer so meine Messlatte wo ich sage also wenn es sogar ich einigermaßen kapiert habe dann bin ich schwer davon überzeugt dass es unsere Zuhörer und Zuhörer in der Nachschrift haben dann habt ihr das Ziel erreicht ja Peter ist der Gradmesser dann danke dass euch die Zeit genommen habt und den Peter aufgeschlaut habt ja voll gerne und ja dann bleibt danke für das Gespräch und danke tschüss bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschau papa tschüss 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 Vielen Dank.